Ja schön, gut, jetzt spreche ich auch mal kurz und wollte mich bedanken einmal, dass ihr mir zuhört und dass ich hier mit dabei bin heute. Und ich habe das Glück, dass ich mit ganz vielen Tieren lebe und darunter sind eben auch meine heiß geliebten Schafe. Da habe ich gerade sieben Muttertiere mit zehn Lämmern, was einem riesen Spaß ist, wenn man es halt mag. Und verbringe da unheimlich viel Zeit auf der Weide und natürlich mache ich auch ein Lied dann darüber, über diese ganz unvergleichliche Stille in der Schafherde. Ja, und das ist der Song The Shepherdess, mit dem ich jetzt die zweite Halbzeit hier eröffne und wünsche euch viel Spaß. Und das ist, was keeps mich strong. Und ich singe diese Song für euch. Und ich singe diese Song für euch. Und das ist alles, was ich kann. Und ich singe diese Song für euch. Und ich singe diese Song für euch. Und das ist alles, was ich kann. Und ich singe diese Song für euch. 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 Ich singe diese Song für euch. Und 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 ich singe diese Song für euch.